ja paul hermann sieht die sache ganz locker aber ich bin echt von den socken gerade also das soll bitte keine animation sein dass ihr mir was zu schickt oder zukommen lasst aber schaut euch das mal an james bond jetzt fragt ihr euch wie das hier drauf kommt das zeige ich euch also ich glaube das war ein bisschen arbeit das ist so unglaublich also ich habe ja eben das bild schon gepostet und hier sind bilder von ich glaube von von allen leuten die man aus den videos kennt also ich habe sowas noch nie gesehen das ist wirklich unfassbar was hier jemand für eine arbeit gemacht hat das ist das kinderbuch wahrscheinlich für meine tochter stand im brief mit drin es ist unfassbar wirklich also da fehlen mir wirklich die worte auch da bin ich und nur noch mal zum zeigen wie diejenige das gemacht hat die nicht namentlich genannt werden möchte kerben reingeschnitten und das ist einfach also mir fehlen da wirklich die worte ich zeige euch noch mehr bücher ich greife einfach hier in die den kennen die auch alle ich werde das natürlich alles überreichen und ich weiß nicht wie viele stunden man daran sitzt das glaube ich für meine frau das ist auf jeden fall ein traktor ich werde das gleich auch wieder in die tüten packen kein a ist allein so paul interessiert das alles immer noch nicht den kennen wir auch also der zintel jetzt kamel gerade ist gerade aus dem feld gekommen danke kamel ist gerade gearbeitet macht jetzt feierabend das sind die leute die mich hier unterstützt mit rücken freiheiten moment wer ist das nun ist es der folge ich denke ja das holger sein also unglaublich vielen vielen dank also mir fehlen da wirklich die worte ich weiß nicht was ich finde arbeit macht das ist unglaublich wirklich noch ein paar kleinigkeiten ja ich wollte euch das nur zeigen aber bitte 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 das soll kein animieren hier irgendwie geschenke hinzuschicken mein kofferraum quillt über ich krieg das schon gar nicht mehr mit was hier ankommt ja also dominik für die ruhigen stunden pick up zum einschlafen kannst du james bond lesen in dem sinne euch einen schönen freitagabend